Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik-Folks. Ja, diesmal zum Spiel in Leipzig gegen RB. Oder RB Leipzig in Leipzig, wie ihr gerne möchtet. Ja, ich zeige euch meine Aufstellung, wie ich aufstellen würde. Mit ein paar, mit meinen Gedanken dazu. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie eine Aufstellung hinkriegen, wie die Aufstellung sehr wahrscheinlich sein wird. Was ich dieses Mal gar nicht so leicht finde. Gut, im Tor ist die Sache relativ klar, Ulle. Im Sturm ist die Sache genauso klar. Heavy gain, heavy gain, heavy gain. Ja, dann, gut, Viererabwehrkette. Die Innenverteidigung stellt sich auch von selber auf, sofern sie fit wird. Mit einem Kim und einem Opa. Auch da ist leider keine Wahl. Wenn einer von beiden nicht fit wird, ist wahrscheinlich die erste Alternative Guretzka. Deswegen mache ich ihn auch mal hier rein. Also da bin ich natürlich genauso jetzt bei, mit meiner Aufstellung, wie ich sie auch erwarte, diese vier Spieler. Dann ganz klar, Davis ist auch safe auf links. Leipzig hat schnelle Spieler, deswegen wird Thomas Tuchel auch auf einen schnellen Verteidiger setzen und nicht auf einen Guerrero. Meiner Meinung nach, bei mir aber klar, wie gesagt, ich mache jetzt hier meine Ausstellung, bei mir spielt Mats Raui oder Nuss, wie er in Fachkreisen genannt wird. Einfach, weil Leimer ins Mittelfeld bei mir gehört. Leimer, warum nicht drüber reden? Leimer ist bei mir die klare Acht. Kimmich ist bei mir die Sechs. Wenn Kimmich den Sechser so spielt oder so interpretiert, wie er es gegen Bochum getan hat und das wird super wichtig sein, dass er das gegen Leipzig so tut, ist er bei mir klar auf der Sechs. Und ansonsten Alternative für mich hier auch ein Goretzka. Man muss dann Goretzka einfach mal sagen, Leon, mach mir den Sechser. Ich kann mir vorstellen, dass er einen guten Sechser geben kann. Aber man muss ihm dann halt auch mal sagen, so wie es jetzt in der Innenverteidigung war, gut, gegen Münster kannst du das jetzt eh nicht irgendwie in irgendwelchen Maßstab setzen, aber man muss ihm sagen, komm, Leon, mach mir den Sechser und man muss ihm die klaren Räume aufgeben. Er hat eine gute Spieleröffnung, er kann Zweikampf, ist jetzt auch nicht der Langsamste. Also ich denke, wenn man ihn, ja, man würde ihm auch eine seiner Stärken berauben und zwar den Drang nach vorne und das Eindringen in den 16-Meter-Raum in den gegnerischen, das ist natürlich auf der Sechser-Position nicht erwünscht. Zumindest wenn wir über eine Holding-Six reden und ja, wenn Kimmich da nicht funzen sollte oder Kimmich wie der Vogelwild über den Platz irrt, würde ich ihm Kimmich-Knallhaut auch wechseln. Ich würde Kimmich aber auch vor allem im Spiel die klare Ansage geben, dass er das so zu spielen hat, wie es gegen Bochum war. Und wenn er das macht, alles gut. Wenn er es nicht macht, wenn er sich nicht beherrschen kann oder so, dann würde ich Goretzka zur Halbzeit bringen und fähre ich auch das Mickey Mouse. Sofern er nicht in der Innenverteidigung ran muss. Gut, ansonsten, ja, kommen wir um Sanenich herum, weil er einfach der formstärkste ist aktuell. Ich würde ihn auch erstmal über rechts bringen, Standard-Ausstellung, so wie ich einen King über links bringen würde. Ja, ich weiß, wir könnten auch einen Tell über links bringen. Ja, Command war jetzt auch nicht so stark. Ich glaube, ich würde mit dem Tell anfangen. Verdient hat er sich auf jeden Fall, auch gegen Münster. Auch in der zweiten Halbzeit war er leider wenig eingebunden ins Spiel. Aber er ist auf jeden Fall auch nochmal ein Tacken mehr ein Spieler, der auch ackert, rackert und mit nach hinten Gas gibt. Deswegen, ja, ich glaube, ich würde mit dem Tell anfangen und dem King dann in der Rückhand haben. Wenn einer von beiden schwächelt, kann es so einen King bringen. Ich würde sie so rum anfangen lassen, aber immer auch mit der Prämisse, was bei mir immer wäre, wenn ich irgendwie was zu sagen hätte, dass wenn wir wirklich dominant sind im Spiel, wenn wir wirklich viel den Ball haben, dass wir da ruchieren, ja, dass wir durchtauschen auf außen beziehungsweise mit dem Mann in der Mitte. Da wird es schwer. Ich war jetzt erst am Überlegen, ob ich Tell nicht hier hinstelle anstatt Musiala. Weil Musiala war gegen Münster auch wieder sehr ballverliebt, sehr verdribbelt. Müller würde ich jetzt auch nicht bringen, nach seinem Ausfall schon wieder, fühle ich jetzt auch nicht, ihn von Anfang an da reinzuwerfen, wenn es nicht sein muss. Aber ich würde mich erst mal für Musiala entscheiden. Allerdings, wie ich es da gerade schon sagte, sehe ich da auch King als erste Alternative. Weil ich denke, auch ein Tell wäre vielleicht dann nochmal einen Tacken offensiver wie ein Musiala. Es ist halt die Frage, ob das gegen Leipzig dann so gut wäre. Ansonsten könnte man natürlich auch gegen Leipzig so spielen. Das wäre natürlich auch noch eine gute Alternative. So würde ich es taktisch gesehen auch erst mal anfangen. Weil ich denke, ja, wir spielen in Leipzig. Leipzig ist die Mannschaft, die kommen muss. Wir sollten das erst mal, klar, nicht jetzt irgendwie Larifari angehen. Aber wir sollten natürlich auch den Ball nehmen, wenn wir ihn haben und natürlich nach vorne spielen. Aber wir sollten nicht blind nach vorne rennen. Und ich denke, auch gegen Münster, aber auch in den anderen Spielen davor, hat man gesehen, wenn Musiala hier vorne spielt, beraubt man ihn auch ein bisschen seiner Stärke. Das haben wir gegen Münster gesehen, die super tief standen. Und von daher würde ich ihn schon, ja, ich würde ihn nicht auf einer Höhe, so eine Zwischenposi, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Leime auf der Acht, könnte jetzt Musiala klar auf die Zehn setzen. Würde ich nicht. Ich würde ihn so ein bisschen zurückgezogen sehen. Weil er hat dann die Stärke, dass er den Ball in diesen Raum annimmt, dass er dann in diesem Raum ein, zwei Spieler stehen lässt und dann hat er Raum vor sich, wo er erst mal gehen kann. Unsere Mitspieler können sich bewegen, können in die Räume stechen, er kann den Pass spielen oder er kann es dann auch alleine machen. Aber es ist halt schwer, wenn eine Fünferkette, eine Viererkette steht und Musiala rennt auf diese kompletten Ketten drauf zu. Das bringt halt gar nichts. Gut, das wird gegen Leipzig nicht so sein, obwohl ich Leipzig auch schon eher abwartend sehe. Die werden jetzt nicht so sich da hinstellen und 60 Prozent Ballbesitz haben. Zumindest erwarte ich das erst mal. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Vielleicht sind wir die Mannschaft, die ein bisschen abwartender spielt. Aber selbst wenn, dann gerade auch dann Musiala zurückgezogen. Nicht den klaren Achter. Nein, das ist Leimer für mich. Aber Musiala, so eine Mittelposition zwischen acht und zehn. Da sehe ich ihn. Da sehe ich ihn auch, dass er seine Stärken am besten ausspielen kann. Weil er auch ein Spieler ist, der den Ball halt an der Mittellinie annehmen kann, wie ich gerade schon sagte. Und das Spiel dann auch gestalten kann. Was ich vom Kimmich nicht erwarte. Vom Kimmich erwarte ich gegen Leipzig, dass er die klare Sechs spielt. Er kann das Spiel von der Sechserposition genauso gestalten. Gar keine Frage. Hat er gezeigt gegen Bochum, wie man es macht. Lange Bälle mal nach außen, mal schön verteilen. Ja, müsste man gucken, wenn ich ihn Ecken schießen lassen würde, weil er das das letzte Mal gut geschossen hat. Dann muss auf jeden Fall ein Leimer nicht mit vorne reinrücken. Dann muss ein Leimer mittig absichern. Oder jemand anders, der noch Davis vielleicht, der ziemlich schnell ist. Du musst auf jeden Fall die Mitte absichern. Gerade wenn du dann eine Ecke stehst und du machst den Ball nicht fest, den zweiten Ball nach der Ecke. Da ist Leipzig brandgefährlich. Da müssen wir absichern. Von daher wäre ich eher dafür gedacht, zu sagen, lass mal Sané und Tell oder Sané auch von der anderen Seite die Ecke schießen. Sodass ein Kimmich die Posi behält und ein Davis noch zusätzlich da ist, der mit absichert, weil Kimmich jetzt auch nicht so die schnellste Kanone auf dem Feld ist. Da müssen wir auch mal ganz klar sagen. Also das wäre meine Taktik. Kimmich würde ich bei Ecken definitiv im Rückraum lassen. Wenn nicht sogar noch ein Stückchen weiter zurückgezogen. Im Jahr verzichtet man natürlich auf den Mann da vorne. Gar keine Frage. Müsste man halt auch je nach Spielverlauf entscheiden. Aber man weiß um die Stärken von Leipzig und man muss die Stärken beziehungsweise unsere Schwäche da nicht so offenbaren, sondern da mal ein bisschen gegenarbeiten. Und da sehe ich einen Kimmich oder meinetwegen auch einen Leimer ist mir Wurst. Auf jeden Fall ein Spieler, der die Posi da dicht macht in dem Moment. Plus ein Davis, der auch eher den Blick dann nach hinten gerichtet hat. Ich meine, er ist jetzt eh kein Kopfvollungheuer, der sich vorne mit reinschmeißt. Einer, der versucht, den zweiten Ball zu kriegen. Aber ihn dann bei der Ecke auch ein bisschen zurückgezogen stehen lassen. Ja, so dass wir wirklich nicht dann blind in Konter reinrennen. Ja, das wäre meine Aufstellung. Meine Startaufstellung. Wie ich gesagt habe, Coman sehe ich als Alternative auf diesen drei Positionen. Moussela, Sané, da sehe ich Coman als erste Alternative. Wenn Moussela sich wieder zu eigensinnig ist, obwohl ich denke, es wird ein ganz gutes Spiel von ihm, weil er mehr Raum haben wird gegen Leipzig. Zumindest denke ich das. Das Leipzig wird ein bisschen zurückgezogener spielen, aber jetzt sich auch nicht hinten reinstellen oder sowas. Von daher sollte er schon Räume bekommen. Und ja, wenn er wieder so einen Tag hat, wo er meint, er muss alles alleine machen und kriegt die Mitspieler nicht eingesetzt, dann muss ich ihn auswechseln. Punkt. Entweder stellst du einen Sané auf die Zehen, kann er spielen. Du stellst einen Tell als hängende Spitze neben Kane, was uns ein bisschen offensiver dann macht. Kann man auch machen. Dann wird die ganze Schose vielleicht so aussehen. Da wäre Coman und dann wäre Leimer halt alleine wieder hier. Muss man mal gucken. Das wäre auf jeden Fall so die Alternative, die ich auch sehe. Wenn es jetzt gar nicht läuft, so taktisch gesehen, ist das noch eine Variante, die wir machen können, indem wir einfach einen zweiten Stürmer aufstellen. Man kann natürlich auch klar sagen, man kann auch ein Telefon reinstellen. Oder dass die beiden dann auf eine Höhe gehen zum Beispiel und hier halt Sané oder sonst wer ein Außenspieler ist. Ja, ich wollte keinen Pfeil haben, alles gut. Weil Kane ja schon der Spieler ist, der auf dem ganzen Feld sich fallen lässt, macht und tut. auch eine Möglichkeit, die ich sehe. Das sind so die Optionen, die ich in der Offensive sehe. Da sind wir sehr variabel, da können wir einiges machen und durchwechseln. Wir haben natürlich dann auch noch einen Schuppo, aber Schuppo hat mich die letzten beiden Spiele nicht wirklich überzeugt. Im Gegensatz zu den einen oder anderen Kommentaren, was auch okay ist. Ja, Schuppo hat jemals ein Tor gemacht, aber ansonsten kämpferisch, spielerisch, ja, so 15 Minuten immer und dann ist es ganz, ganz stark abgebaut. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch die körperliche Fitness fehlt. Dann gegen Münster hat er drei, vier riesen Dinger liegen lassen. Hat nicht das Momentum, wie es gerade so ein Tell zum Beispiel hat, in meinen Augen. Von daher wäre Coman für mich die erste Option, aber natürlich ist es eine zweite Option, ein Schuppo. Ja, können wir hier gerne noch mit reinnehmen, obwohl ich ihn dann eher vorne sehen würde, aber ich denke nicht, dass ein Cain ausgewechselt werden würde, aber ansonsten, wir könnten es natürlich auch so machen. So, wir machen Coman dahin. Wir würden hier mal den Schuppo exemplarisch rein tun und wir würden hier Orson in Kretzig reinnehmen. Mal Kretzig hat es gut gemacht, komplett unbekümmert. Mau, den habe ich noch nicht mehr zur Auswahl hier. Sehr wild. Ähm, ja, gut. Dann kriegt ihr den Hülsmann. Den Hülsmann als Kretzig, aber warte, ich kann den Spieler hinzufügen hier. Kretzig. Zack. Geil, dass das geht, ey. Ähm, so. Ne, das sind unsere Wechseloptionen, die ich vorne sehe. Kretzig kannst du bringen, kannst du auf Außen bringen, könntest du sogar, wie wir es jetzt gegen Münster gesehen haben, was mich ja schon verwundert hat, ähm, ja, selbst auf der Acht bringen, ne, oder auf der, auf der Moserler Position. Er hat natürlich andere Qualitäten wie so ein Moserler. Man darf das Spiel gegen Münster jetzt auch nicht zu hoch loben, keine Frage. Aber er ist eine Option, wenn er Not am Mann wäre. Ähm, und Schupu habe ich jetzt mal mittig gemacht, weil er dann schon eine Option wäre, als hängende Spitze vielleicht. Ähm, ja, aber Schupu wäre für mich in dieser Reihe, ähm, so die letzte Option aktuell. Leider Gottes. Wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht super überzeugend. Ja, er hat die Tore gemacht. Ja, ist immer schwierig. Schwierig. Ist immer die Frage, was erwartet man, wenn man diese Position begleitet? Oder bekleidet. Ich erwarte jetzt von Moserler nicht, dass er Tore schießt. Ich erwarte von Moserler, dass er einen Kane einsetzt. Ich erwarte von Moserler, dass er einen Taylor oder Sané einsetzt, wenn die nach innen rücken. Ähm, klar erwarte ich von ihm auch, dass er mal den Schuss sucht und mal ins Dribbling geht und vielleicht auch mal einen Torabschluss sucht. Natürlich. Das ist aber Bonus. Ja, in erster Linie ist das für mich die Position, die vorne das Offensivspiel einleitet. Ähm, und die anderen Spieler einsetzt. Das erwarte ich auf dieser Position. Da ist es jetzt nicht zwingend erforderlich, unbedingt das Tor selber zu machen. Das ist aber auch nur, was ich erwarten würde. Ähm, genauso wie die beiden Außen, die sollten in erster Linie natürlich auch einen Harry Kane einsetzen. Ähm, oder halt einen nachrückenden Leimer zum Beispiel, wenn Harry Kane, äh, abgedeckt ist. Aber natürlich haben beide auch die, äh, das Potenzial, die Dinger selber zu machen, ja. Haben beide mehr als bewiesen in den letzten Spielen. Und, ähm, ja, da sind wir brandgefährlich. Ja, vorne sind wir super, super gefährlich, super flexibel. Wir müssen einfach nur mal unsere Flexibilität ein bisschen zeigen. Ich meine, Kane, wir haben es gesehen, ja. Und deswegen fühle ich auch einen Tell in der Anfangsformation, weil ein Kane lässt sich auch gerne mal auf eine andere Pose fallen und dann kann ein Tell auch mal vorne reinrücken, ja. Gut, damit wir vorne einfach ein bisschen Variabilität hätten und trotzdem abgesichert sind, ne. Weil so ein Leimer ist halt schon ein Lückenfüller, ähm, was er sehr gut macht, meiner Meinung nach. Geht auch mal dahin, wo der Mann fehlt. Und wie gesagt, wenn ein Kane hier sich fallen lässt oder man nach außen geht und ein Tell reinrückt, dann wird ein Leimer hier die Position decken, ne. Ähm, und dann ist natürlich hier in der Mitte ähm, ein gewisses Loch da, weil ein Leimer nun mal nicht da ist. Deswegen muss ein Kimmich schon defensiv arbeiten und nicht auch noch vorne irgendwo rumtun. Joa, das wäre meine Aufstellung. So, und meine Gedanken dazu. Kommen wir jetzt mal zu der Aufstellung, wie sie, wie ich denke, wie ein Tuchel aufstellen wird. Ich denke, Davis, Kim, Opa, Ulle ist safe. Ähm, Mats Rui bin ich mir nicht sicher. Es könnte gut sein, dass er ein Leimer bringen wird als rechten Verteidiger und Kimmich und Goretzka ins Mittefeld. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hoffe es nicht. Wie gesagt, ich denke, Leon hat ein gutes Spiel gemacht gegen Münster. Darf man auch nicht überbewerten. Vielleicht fängt Leon sogar an in der Innenverteilung, wird man sehen. Ähm, aber ein Leimer muss der Achter sein. Punkt. Meinetwegen, bring Goretzka für den Kimmich. Wenn du unbedingt willst, sag eben, du bist klare Defensivaufgabe, dann könntest du den Kimmich auch nach rechts ziehen, wenn man meint. Aber gut, das scheint ja kein Thema zu sein. Ähm, das ist schwer zu sagen. Ähm, ja, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er auch bei Mats Raui bleibt. Wir werden es sehen. Ähm, dann wird es halt spannend sein, ob er Kimmich Goretzka macht oder Kimmich Leimer lässt. Ähm, ich denke auf der, auf der, äh, 10er Position wird Musiala anfangen. Kane wird auch safe sein, Sané wird safe sein. So, links wird spannend sein, was er macht. Wir haben es gehört, Guerrero ist so ein bisschen sein Liebling, hat er durchklingen lassen. Könnte sein, dass ein Raffer anfängt, es könnte sein, dass ein Tell anfängt, es könnte sein, äh, dass ein Chupo mit anfängt. Es könnte sein, dass ein Koman anfängt. Ja, also das sind viele, viele Optionen, die wir da haben. Äh, verdient hätte es natürlich ein Tell am meisten. Äh, meiner Meinung nach. Ja. Es wird spannend bleiben. Ja. Wie gesagt, es kann auch alles ganz anders kommen. Es kann sein, dass ein Leimer hier steht, Kimmich Goretzka mittig, dass, dass Chupo anfängt, weil Tuchel ist ja irgendwie auch Chupo-Fan und hat ja auch jeweils ein Tor gemacht in den vorangegangenen Spielen. Wird sein, dass wir gleich mit einer Doppelspitze anfangen, ähm, und dann nicht über Außen gehen, sondern nur mit Halbpositionen arbeiten. Das heißt, es könnte Mosella hier sein und wir könnten mit einer Doppelspitze spielen oder mit so einer leicht hängenden Spitze hinter Kane, weil Kane ja auch ein Spiel, das er sich fallen lässt. Ähm, kann sein, dass das alles Überlegungen sind vom Tuchel. Wir werden es sehen. Ich habe euch meine Überlegung gezeigt und wir schauen mal, wie es kommen wird. Ähm, ich erwarte ein gutes Spiel. Ich erwarte, äh, 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 ja, torreiches Spiel. Ähm, ich erwarte ein 4-2 für uns. Am Ende Wurst. Ich erwarte, dass wir einfach ein Tor mehr schießen, wie wir bekommen. Ja, um es mal grob zu sagen. Ich weiß halt nicht, inwieweit unsere Innenverteidigung spielfit ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, und ob ein Kimmich den 6er gibt oder ob er wieder rumirrt und meint, er muss jetzt hier der große Leader sein. Bleibt abzuwarten. Es bleibt spannend. Ähm, wir werden nach dem Spiel schlauer sein. Das wäre meine Meinung. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare und gerne auch euren Tipp, wenn ihr Bock habt. Ähm, Spiel kann natürlich auch andersrum ausgehen. Ja, das ist jetzt nur meine Meinung. Wir sind gut drauf. Wir haben einen guten kleinen Lauf. Ähm, und wir haben eine gewisse Rechnung offen mit Leipzig und das Allerwichtigste, was ich auch schon in der PK Reaction sagte, ich möchte Feuer sehen. Feuer, Feuer. Ich meine nicht mit Feuer blind nach vorne zu rennen, wie so ein Idiot in die Leipziger Falle reinzulaufen, sondern Feuer vom Einsatz, vom Willen her, vom Läuferischen her, vom sich anbieten und nicht einfach nur vorne rechts rumstehen, wie es so ein Sané manchmal macht. Ähm, oder auch wie es ein, äh, Schubung mit Teng macht, ja, ich erwarte Bewegung. Ja, so, wir müssen brennen, alle miteinander und ganz wichtig, unsere Außenspieler, Sané, Tell oder Lass es Kumon sein, wer auch immer da spielen wird, müssen auch endlich konsequent mit nach hinten, aber die müssen sich verausgaben. Ja, wir haben, ich habe es gerade durchgegangen, wir haben mehr als genug Spieler für Außen, ähm, die können sich totlaufen. Es ist völlig okay, wenn die nach 60 Minuten platt sind, kommen die Nächsten rein. Ja, das erwarte ich. Und nicht wieder nur vorne rumgestehe, wenn Leipzig den Ball hat und schnell spielt, muss das Feuer auch voll, volles Kanonenrohr nach hinten gehen. Am Sané hat das sehr gut gemacht, die letzten Spiele ein bisschen abflachen lassen, fand ich, hat er nicht so mit nach hinten gearbeitet, das wird super wichtig werden gegen Leipzig. Und Tell macht das vorbildlich, äh, wenn er über Außen spielen durfte, auch immer mit Vollgas mit nach hinten. Ähm, ja, und das erwarte ich, ne, und, ja, rot-weiße Grüße gehen raus, eure Meinung ist gefragt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, Stimme verschlägt schon und, meine Spielanalyse heute nach dem Spiel gegen Leipzig. Ich hoffe auf ein gutes Spiel, ich hoffe auf die richtige Einstellung, ähm, selbst wenn wir dann unglücklich verlieren sollten, solange wir die richtige Einstellung auf dem Platz kriegen und wirklich 90 Minuten konstant spielen, ähm, bin ich damit fein. In diesem Sinne, tschö.